Neue Features, Funktionen und Tools rund um Office 365 und Modern Collaboration. Seid gespannt, was Microsoft uns diesen Monat bereitstellt. Herzlich willkommen zu Nubo Radio, dem Office 365 Podcast für Unternehmen und Cloud-Worker. Einmal in der Woche gibt es hier Tipps, Tricks, Use Cases, Tool-Updates und spannende Interviews aus der Praxis für die Praxis. Und jetzt viel Spaß bei einer neuen Episode. Hi und herzlich willkommen zu dieser Update-Folge bei Nubo Radio rund um alles, was mit Microsoft Evergreen zu tun hat. Mein Name ist Dominique und ich darf euch heute vorstellen, was Microsoft in den letzten Wochen für uns entwickelt und jetzt auch freigegeben oder angekündigt hat. Für alle, die vielleicht Evergreen noch nicht ganz zuordnen können, Evergreen bedeutet, dass die Tools von Microsoft ja immer und dauerhaft weiterentwickelt werden und wir dementsprechend mit Microsoft 365 von diesen ständigen Updates auch profitieren. Die sind nicht nur im Funktionsbereich, also dass wir neue Funktionen bekommen, sondern auch im Sicherheitsbereich teilweise. Und deswegen ist das einfach wirklich eine coole Sache. Wir müssen nicht extra ein neues Produkt installieren, sondern mit den Updates kommen in unterschiedlichen Zyklen, je nachdem, wo man selbst da auch eingeordnet ist, dann die ganzen Updates direkt automatisch in die Systeme. So viel mal noch ganz kurz zur Einordnung des Begriffs. Und jetzt geht es los mit Teams 2.0. Die Preview ist da vom neuen Teams. Sie soll schneller, einfacher, smarter und flexibler sein. Wir haben sie selbst noch nicht persönlich getestet, wir haben sie aber schon gesehen und haben euch auch ein Video angehängt, wo man gerade dieses schneller ganz, ganz deutlich sieht. Doppelt so schnell wie die bisherige Teams-Version und dabei noch ein geringerer Arbeitsspeicherverbrauch. Mein persönliches Highlight, weil wer kennt es nicht, es war schon so, dass wenn man Teams laufen hat und dann noch zwei, drei andere Sachen nebenbei, also mit 8 GB Speicherplatz hatte man da meistens keinen Spaß beim Arbeiten. Mal schauen, wie das jetzt mit der neuen Teams-Version ist. Einfacher. Wir haben neue Klickwege, reduzierte Klickwege und das Ganze sieht auch ein bisschen anders aus, gerade wenn man jetzt ein Team und die Kanäle anschaut. Also da wurde auch noch mal ein bisschen am Layout gefeilt. Das Ganze hat auch ein generelles Layout und Design-Refresh bekommen. Es sieht ein bisschen frischer aus. Wir haben auch hier wieder die KI. Vielleicht habt ihr in unseren letzten Folgen schon reingehört. KI ist gerade ein ganz, ganz großes Thema, auch bei Microsoft. Auch da ist das Ganze jetzt in Teams wieder mit integriert. Gesprächsnotizen werden zum Beispiel automatisch mit erstellt. Also da sind wir auch wirklich gespannt, was das uns noch in Zukunft bringen mag. Und wir können gleichzeitig für mehrere Organisationen eingeloggt bleiben. Das ist natürlich gerade für mich ein tolles Feature oder auch für alle anderen, die viel zwischen Organisationen rumspringen und ganz viele Gastaccounts haben. Das klingt wirklich gut und ich bin gespannt, wie sich das dann auch auswirkt. Wir empfehlen euch auf jeden Fall, schaut mal in das Video rein. Vielleicht habt ihr ja sogar die Möglichkeit, die Preview zu testen. Dann können wir euch auch das auf jeden Fall empfehlen, um da mal reinzuschauen. Vielleicht probiert ihr es an einem Tag aus, wo ihr nicht in ganz so viele Meetings müsst oder so viele Termine habt, dass, falls dann mal doch was nicht funktioniert, ihr nicht direkt in Stress verfallt. Genau. Dann Communities in Teams ist auch ein Update. Klingt jetzt erst mal, ist doch komisch, Communities, das ist doch eher Yammer. Ja, aber Microsoft hat sich hier überlegt, wir können für die privaten Teams Nutzer auch jetzt die Communities anlegen, um sich da auszutauschen. Ähnlich wie in Yammer kann man dann hier zu unterschiedlichen Themen eben die Communities erstellen und über den Einladungslink beitreten. Also auch so ein bisschen, ja, wie wir das vielleicht von Facebook schon kennen. Wie gesagt, das ist für die privaten Teams Nutzer und für alle, die da Windows 11 mit der Teams Desktop App nutzen. Wir haben euch ein Bild mit draufgepackt. Ich weiß nicht, wer von euch oder wie viele von euch, das wäre vielleicht mal ganz interessant zu wissen, auch Teams privat nutzt. Wir haben es privat über Corona-Zeiten tatsächlich auch genutzt, um beispielsweise einen digitalen Spieleabend oder ähnliches zu machen. Würde mich mal interessieren, wer das auch jetzt noch nutzt, weil dadurch, dass man sich wieder sehen kann und darf, ist das doch in meinem Bereich zumindest arg eingeschlafen, was ja aber auch nicht schlimm ist. Dann haben wir eine weitere Änderung Teams betreffend, und zwar Pronomen im Profil. Auch hier, Microsoft macht ja schon ganz viel für Inklusion und ist jetzt auch, was das Thema Gendern und Ansprache angeht, auf einem guten Weg. Wir haben jetzt die Möglichkeit, nämlich in unserem Teams-Profil freiwillig unser Pronomen zu hinterlegen. Also wir können dann auswählen die Ansprache und das wird dann direkt unter den Namen angezeigt. Ich finde das übrigens gar nicht nur bezüglich Gender eine praktische Funktion, sondern gerade auch, was die globale Zusammenarbeit angeht oder auch, wenn man so wie ich einen Vornamen hat, der vielleicht nicht ganz ersichtlich männlich-weiblich auch bei uns in der Umgebung ist, dass man das dann einfach mitgibt. Gerade wenn man kein Profilbild hat, ist das für den einen oder anderen ansonsten wirklich sehr schwer zu unterscheiden. Vielleicht können wir also da auch hingehend hier eine Erleichterung schaffen, weil es ist ja auch einfach unangenehm, wenn man jemanden falsch anspricht. Man möchte das ja auch richtig machen und von daher sehe ich auch da eine Chance auf jeden Fall. Das war's zu Teams, also die große Änderung mit der Preview und ein paar kleine neue Features und Funktionen. Und wir kommen zu Outlook, denn auch hier gibt es einige Neuerungen. Zuerst einmal, Plan My E-Mails, sagt euch das was? Habt ihr das schon mal genutzt oder getestet? Neu ist es nämlich nicht. Das Ganze gibt es schon fast drei Jahre lang, war bisher aber in Deutschland noch nicht veröffentlicht. Wir haben keinerlei Informationen gefunden, dass die Funktion irgendwo hier auch verfügbar ist. Dementsprechend die Frage auch hier an euch. Nutzt ihr die Funktion schon? Habt ihr andere Infos dazu? Also lasst es uns gerne wissen. Wir sind hier sehr gespannt. Und auf jeden Fall gibt es jetzt für diese Funktion nämlich ein Update. Wir können das jetzt mehrsprachig auch nutzen. Also da sind neue Sprachen hinzugekommen. Und ein weiteres großes Update für mein Verständnis ist, dass die Dateien und Anhänge und Anlagen aus Outlook jetzt auch auf dem persönlichen Cloud-Speicher dann gespeichert werden. Also wie bisher auch mit anderen Apps wird das jetzt auch für Outlook verwendet. Was bedeutet das? Na gut, dadurch, dass wir dann Anhänge und Ähnliches dort speichern, ist der Speicherplatz auch schneller voll. Dementsprechend habt ihr da auf jeden Fall ein Auge drauf, dass auch keine Dateien doppelt abgelegt werden. Verschickt am besten einfach Links und überhaupt keine Anhänge mehr. Das ist ja auch so ein Thema der modernen Zusammenarbeit. Und dann gibt es aber natürlich auch immer die Möglichkeit, dass man sagt, okay, man erweitert diesen OneDrive-Speicherplatz. Das muss man dann aber einfach für sich persönlich entscheiden, ob man das kostenpflichtig möchte oder nicht. Dann eine neue Loop-Komponente, beziehungsweise auch hier die Weiterentwicklung von Loop. Die wird jetzt im Outlook for the Web, also in der Web-Oberfläche von Outlook zur Verfügung stehen. Auch da wird das Ganze nach und nach schon ausgerollt. Vielleicht habt ihr es schon. Das ist ähnlich wie in Teams. Ihr kennt das, in Teams haben wir seit letztem Jahr die Möglichkeit, bei Chat-Nachrichten Loop-Komponenten zu verschicken. Das funktioniert dann auch in Outlook. Wie gesagt, über Outlook for the Web, da wird das als erstes mit angezeigt. Und dann könnt ihr interaktive Checklisten, Bullet-Points, Tabellen oder Ähnliches nutzen und die dann gemeinsam ausfüllen mit dem Empfänger. Also der bekommt dann direkt die Berechtigung und es wird automatisch mit eurem Outlook synchronisiert. Ist natürlich auch ein Schritt für alle, die noch E-Mails nutzen zur modernen Zusammenarbeit. Wichtig, es ist halt in Outlook for the Web, also da muss man einfach schauen, wie stark wird die App dann genutzt. Von Outlook zu OneNote, ein zweiter Klassiker. Hier gibt es ein Layout-Update. Es gibt jetzt die Möglichkeit Tabs-Layouts. Damit kann man sich so die Ansicht ein bisschen abändern. Und die Seiten beispielsweise neben die Abschnitte packen. Bisher war das ja von den unterschiedlichen Versionen immer abhängig. Also wenn ich die OneNote 2016 Desktop-Anwendung hatte, dann war das noch sehr alt. Also was heißt alt? Da war das noch im Klassischen. Oben die Abschnitte und auf der rechten Seite die Seiten, auf der linken die Notizbücher. Und in OneNote im Web oder auch mit dieser OneNote App für Windows 10 war das ja dann schon beides auf der linken Seite. Jetzt haben wir eben auch die Möglichkeit, in der Desktop-Anwendung diese vertikalen Tabs zu verwenden, sodass sich da einfach das im Layout ein bisschen angleicht und wir selbst entscheiden können, was wir verwenden wollen. Finde ich cool. Das mag ich ganz gerne, weil ich mit immer das moderne Layout von OneNote im Web beziehungsweise auch von dieser Windows 10 App gut fand, aber die Funktionen natürlich nicht so umfangreich waren. Also das wird jetzt angepasst. Und dann zum Abschluss noch Viva Topics. Alle, die Viva Topics ist ja nicht in der klassischen Lizenz mit enthalten und Yammer nutzen, können jetzt neue Vorteile und Funktionen verwenden, denn Viva Topics wurde jetzt direkt auch in die Yammer App integriert und damit können wir jetzt live Themenkarten, hervorgehobene Themen und die Themenauswahl auch aus Yammer drauf zugreifen. Und das Ganze ist natürlich dann auch wieder, ja, integriert erreichbar. Wir haben nur einen Ort zum Abspringen, was das natürlich sehr userfreundlich macht. Das unsere Updates in diesem Monat rund um Microsoft 365 und die dazugehörigen Tools. Wie gesagt, es sind einige sehr, sehr schöne Themen dabei. Uns interessiert immer noch, was ihr von der Teams Preview haltet oder auch, ob ihr Outlook Plan My E-Mail kennt. Lasst es uns gerne wissen über die bekannten Kanäle Instagram, Facebook, per E-Mail oder als Kommentar oder auch über unsere Homepage. Und wir sammeln auch im nächsten Monat wieder alle Updates, neuen Features für euch. Und alles dazu erfahrt ihr dann in der nächsten Update-Folge bei Nubu Radio. Bis dahin, denkt immer daran, Collaboration beginnt im Kopf und nicht mit Technik. Du möchtest noch einmal mehr Details zur Folge, willst uns eine Frage stellen oder aber einfach in Kontakt treten, um dich als Interviewpartner vorzustellen? Kein Problem, auf www.nubu-workers.com findest du Insights zu Nubu Radio als auch unsere Kontaktdaten und die Social Media Plattform. Viel Spaß beim Klicken. Bis zum nächsten Mal.